yo was geht ab leute willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar ist ja heute donnerstag und um 0 uhr kommen wieder einige einige fette songs aus also heute kommt einiges auf euch zu also was kommt heute kapi kommt heute mit samra heftiges lied wurde geleakt ja komme ich gleich dazu ferro der kommt auf spontan zero wer war noch schien die haut was raus heute und wer macht para 2 kommt von da dann zu heftig allein die songs die killen schon übertrieben drei wurden geliebt zero ferro und kapi ja freunde wie gesagt heftig also da kommt was auf euch zu wie gesagt der beat knallt anders heftig was sie da gemacht haben berlin lebt 2 wird schon zu heftig zu heftig ich hör mal kurz rein der part ist heftig also könnt ihr mal kurz reinhören alles freunde da kommt was heftiges auf euch zu ich muss ein bisschen rausschneiden jetzt ich kann nicht zu viel davon zeigen denn das ganze wird auch dann gesperrt werden wie gesagt die wissen ja selber dass geleakt wurde höchstwahrscheinlich zumindest bei ferro ist der fall der weiß glaubt gar nicht ich weiß auch nicht wie das jedes mal passieren kann wie gesagt heftiges lied anders heftig ja freunde das schwerer aber seid gespannt heute 0 uhr mein video wird höchstwahrscheinlich ähnlich von 0 uhr online kommen weil ich keine zeit mehr dafür habe das jetzt zu schneiden hochzuladen und so weiter und so fort ich gehe noch was essen wie gesagt es wird dann eh nach 0 uhr kommen und dann ist ja egal streamt die scheiße auf spotify unterstützt die auf jeden fall ich werde das ganze auch tot streamer und von zero dein fahrer das wurde auch geliebt also wie gesagt leute das war es auch schon einige songs wurden wieder gelegt warten wir mal bis 0 uhr und wie gesagt dann sehen wir uns im nächsten video